Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3 und ihr seht schon im Hintergrund den Porsche 918 Spyder und ja den Wagen fahren wir heute nicht ohne Grund, denn er kam Dienstag beim Forzadon rein, den habe ich auch gemacht mittels TeamViewer meinem Laptop und meinem Gaming PC, da habe ich das irgendwie übers Handy, Internet, habe ich den Forzadon gezockt, war ein bisschen umständlich, aber ging auf jeden Fall ich habe auch ein Foto diesbezüglich auf Twitter gepostet, könnt ihr euch mal ansehen und ja, was haben wir genau vor uns? wir haben vor uns den Porsche 918 Spyder, das Ding wurde 2010 als Studie, also wirklich als Studie präsentiert am Genfer Automobilsalon ein paar Monate später hat Porsche, also der Aufsichtsrat, den Bau des Wagens freigegeben und das sind wirklich nicht große Unterschiede zwischen dem und der Studie, der einzige Unterschied ist die Ausprüfe die wir hier oben sehen, die zwei Dinger die war nicht hier positioniert, sondern hier auf der Seite und ja, also allzu viel hat sich von der Studie hier zu diesem Wagen nicht geändert, ich glaube er hatte auch keine Elektromotoren oder so irgend sowas war dann auch, also da hat sich nicht viel geändert, aber jetzt mal zum Herzstück des Ganzen ich glaube da können wir aber nicht öffnen oder so nö, ich glaube mal nicht, ähm der Herzstück des Ganzen ist ein V8 Motor der ganz, äh, blablabla der Motor kommt aus dem Le Mans Prototypen, den Porsche damals hatte den 718 Spyder oder wie sich der nannte ähm, genau, daraus stammt der Motor, ist also ein Rennmotor, ist aber extrem abgespeckt Der ganze Motor wiegt insgesamt nur 140 Kilogramm und leistet sage und schreibe 608 PS. Außerdem hat er noch zwei Elektromotoren, einen vorne auf der Vorderachse. Sieht man hier aber nicht, wenn man hier aufmacht. Der sitzt hier irgendwo drunter und verspeist die Vorderachse. Der hat 129 PS, so wie hinten am Getriebe. Also hier haben Motor, hier zwischen Motor und Fahrer, ist auch nochmal ein Elektromotor angeflanscht. Und der bringt nochmal 156 PS und alles zusammenleistet somit 887 PS Leistung. Er besitzt dadurch, dass die Vorderachse nur mittels Elektromotor angetrieben wird, ja keine Antriebswelle. Und ja, ich würde sagen, wir reden nachher ein bisschen mehr über das Fahrzeug. Wir steigen erstmal hier mal ein. Können wir das Dach auch abnehmen. Das ist ein Spider. Also runter mit der Hütte hier. Draußen ist schön Wetter. Ja, klingt auf jeden Fall gut hier. Auch das Display ist extrem geil. Von wie geil er klingt. Ja, und das Ding geht satte 345 kmh schnell. Und ich würde sagen, wir fahren. Und dann schauen wir uns mal den Hobel ein bisschen genauer an, ein bisschen mehr an. Ist auf jeden Fall was geiles. Und wir haben hier Musik drin, die mich überhaupt nicht interessiert. Weg damit hier. So, gehen wir mal ein bisschen rein. Und zwar, ja, einige von euch wissen es wahrscheinlich. Ich war auf einer Feuerwehrfahrtbildung und konnte ich auch den Vorsatz dann nur mittels Teamführer machen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Polinen und nicht nur einmal, sondern insgesamt acht Stück von dem. Was er jetzt fragt, ja, was macht denn der Typ mit acht solchen, ähm, nein, achtzehnts. So viel brauchen wir noch gar nicht. Stimmt, brauchen wir nicht. Oh, das ist noch Automatik angestellt. Geht gar nicht. Ähm, ja genau. Ich hätte nämlich Automatik gebraucht, damit ich das Ganze fahren kann. Dementsprechend gehen wir jetzt mal hier auf die Steuerung. Öh, nö. Warte mal. Hier, Schwierigkeitsgrad. Ähm, die sind auch unschlagbar. Das passt. Lenkung lassen wir normal. Aus, aus. Hier haben wir Handschaltungen. Da Ideallinie machen wir aus. Und Schaden machen wir keinen. Das passt schon. Zurückspulen lassen wir auch an. 90% Creditsbonus durch die Schwierigkeit. Das passt doch gut. So. Genau. Ich war ja, wie gesagt, auf Feuerwehrfortbildung. Ähm, musste dann das Ganze mittels Teamführer machen, damit ich den Wagen gewinne. Und habe mir, wie gesagt, noch sieben weitere geholt. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, was macht ihr mit sieben weiteren so Dingern? Ähm, die sind eine super Wertanlage. Also die gehen, glaube ich, immer weg. Erst recht in ein paar Wochen, wenn jeder sich ein Porsche aus einer Auktionshaus rausgeholt hat. Und dann sind nicht mehr viele dort. Und dann verkaufe ich meine, die sind sofort weg. Aber es ist jetzt nämlich meistens so, wenn ich es so gehandhabt habe. Und ja, die Zeit da draußen habe ich aber auch genutzt. Und mich ein bisschen hier über den Wagen zu informieren. Und ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Und zwar habe ich mich nicht ein bisschen irgendwo reingelesen. Sondern da waren Leute bei Porsche zu Werk. Äh, zu Gast. Ähm, und haben das Ganze mit dokumentiert. Da gibt es eine I-Definition-Doku hier auf YouTube. Da gibt es einfach ein Dokumentation Porsche 918 Spyder HD. Ähm, dann kommt ihr auf die Doku und da seht ihr mal den ganzen Entstehungsprozess. Und ja, der Wagen ist ja nicht nur einer der Hypercars. Also, wir haben es, sie ist bei The Grand Tour genannt. Ähm, der heilige, nee, nicht der heilige Gral. Ähm, ja, die heilige Dreifaltigkeit. So, genau. Ähm, sondern der Wagen ist auch, schauen wir mal, wie es aussieht hier im Spiel wegen der Höchstgeschwindigkeit. Ja, überschreitet der grandios. Normalerweise dürfte er eine 345 laufen. Das Spiel eben hat den hier auf jeden Fall schon mal 10, 11, 12 kmh. So, glaube ich, es wird schon dazugegeben. Mal schauen, wohin das wir im Endeffekt kommen werden. Der Wagen ist nämlich komplett stock. Ähm, ja genau. Ähm, die waren da zu Gast und haben sich auch die Produktion angesehen. Und haben das Ganze halt mit dokumentiert. Und natürlich habe ich mich auch ein bisschen über den Wagen informiert. Ähm, zum Beispiel, dass er eben keine Antriebsfälle nach vorne hat auf der Vorderachse. Brauche er nicht. Ähm, die einzige Datenübertragung, die ihm sagt, ähm, mein Freund, jetzt beschleunigt das Rad mehr, jetzt beschleunigt das Rad mehr. Ähm, macht einzig und allein ein Kabel. Ein Kabel, was die vordere Achse mit Strom versorgt, beziehungsweise die Elektro-, den Elektromotor auf der Vorderachse mit Strom versorgt. Der treibt dann die Antriebsfälle an und dementsprechend läuft das dann so. Der Wagen hat da auch eine Hybridbasis. Also, das sagt schon mal aus, dass er hier, ähm, Elektromotor und Benzinmotor hat. Hybrid heißt ja einfach nur mehr eine Antriebe. Drum steht ja auch auf der Seite sogar E-Hybrid. Also da steht's, E-Hybrid. Hoppala, sorry. Das drücke ich heute auf, an geht auch hier. Ähm, und ja. Genau, ähm, das gibt halt dem Wagen ein Signal. Jetzt das beschleunigen mehr, das beschleunigen mehr. Der Wagen hat aber auch noch einen anderen Vorzug. Hat natürlich auch Akkus drin. Die Akkus liegen in der Mitte des Fahrzeugs und relativ weit unten. Damit man erstens den Schwerpunkt zentral haltet, aber auch den Schwerpunkt niedrig haltet. Und, ja, aufgrund dessen Akkus, wenn man da, wie soll ich sagen, ähm, bleiben wir kurz mal stehen. Dann zeige ich euch das Ganze. So, wenn man hier... Ja, okay, man sieht nur H und S. Seht ihr's? Da unten das Rädchen. E steht für Elektro. H steht für Hybrid. Das heißt, da schaltet sich der Motor dazu mit dem Elektromotor. Dann kann man auch eine gewisse Reichweite rein elektrisch fahren. Unten das S ist Sport. Da, ähm, wie ist es dort? Also bei Hybrid ist es so, dass zuerst Elektro fährt und dann schaltet sich der Benzinmotor dazu, wenn man ihn braucht. Ähm, beim Sportmodus, ähm, kriegt der Motor mit dem Steuergerät ein bisschen mehr Leistung. Ist aber noch nicht auf Leistungslimit. Ähm, und, ja, da sind wir die zwei Elektromotoren plus Motorleistung. Das ist schon mal bei Sport. Wenn man dann auf R geht, dann ist man im Race-Mode drin. Da hat der Motor nochmals mehr Leistung seitens, ähm, Benzin-Power. Und, ja, er hat aber auch noch einen fünften Modus. Also Modus ist es nicht nur bei den drei Modusen, ähm, wo es bleibt, sondern man kann auch noch reindrücken. Und wenn man reindrückt, kommt man in den Hotlab-Modus. Da holt der Wagen seine ganzen 889 PS, glaube ich sind es. Ich hoffe, ich sage jetzt kein Blödsinn hier. Ähm, holt er dann raus und versucht hat alles auf den Boden zu bringen. Und, ja, wie ich schon erwähnt habe, der 918 geht nicht nur 345 kmh schnell, sondern er hat auch den runden Rekord für, oder hatte er, weiß ich nicht, ob er immer noch hat. Und, ja, auf jeden Fall, ähm, war ja zu dem Zeitpunkt, als sie es getestet haben, das schnellste Auto auf der Nordstreife mit Straßenzulassung. Dann hat die Nordstreife in unter 7 Minuten umringt. Also, das ist richtig, richtig schnell. Dann habe ich mich jetzt nicht eher, oder waren es 8, unter 8 oder unter 7? Ähm, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall war der Wagen richtig flott. Und, ja, das sieht man eh, wie spitzig der Kollege ist. Ähm, bei dem Wagen haben sie sich an zwei Autos eben orientiert. Einerseits, ähm, am Porsche Carrera GT, das data auch so mehr oder weniger ein bisschen die Formgebung her, äh, soll insofern nachfolge dementsprechend vom Porsche Carrera GT sein. Ähm, hat aber auch einiges, wie gesagt, vom Rennsport von Le Mans mit übernommen und das merkt man auch extrem. Also, das ist richtig, richtig, richtig krass. Und, ja, es gibt mir auch noch eine verschärfte Variante, hier das 980, und zwar die Weißer Edition. Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, was dort Unterschied unter, der Unterschied ist, so wollte ich sagen. Ähm, aber sind auf jeden Fall beides sehr imposante Fahrzeuge. Macht auch richtig, da ohne den Kollegen hier zu fahren, handlingstechnisch hier im Spiel auch richtig gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir wieder aus dem Wasser rauskommen, weil da vorne ist nämlich eine unsichtbare Mauer und da wollen wir nicht unbedingt dagegen fahren. Und, ja, falls ihr euch jetzt fragt, ja, warum hat denn der so komische Auspuffraube? Ja, das ist doch nicht typisch für ein Auto, das ist dann einfach den Grund. Ähm, unten sind ja unter anderem Akkus drin und da hinten war nicht viel Platz und mit der Auspuffraube runter ist einfach da drin alles viel zu heiß geworden, weil der Aluminium Motorblock ist extrem dünn hier von Porsche 9118, der ist nur 14 mm dick oder so. Und dementsprechend, ähm, ist eine zu hohe Wärmeentwicklung für den Motor nicht gut. Ähm, daraufhin hat man einfach gesagt, man leitet den Auspuff um, platziert ihn mehr oder weniger zwischen den Bänken, die Grümmer, und zieht dann den Motor soweit hoch und, ja, soweit die Idee. Haben sie auch umgesetzt, einfach um den Wagen unten rum ein bisschen kühler zu lassen, weil zu hohe Temperaturen ist nicht gut, das wisst ihr alle. Und, und da boxt da ziemlich viele Autos weg, der Kollege. Jetzt sagen wir, ich gehe nochmal kurz rein hier. Ähm, der Flügel hinten kann insgesamt 240 Kilogramm drücken, also drei Porsche-Ingenieure konnten sich da locker draufsetzen, das Ding gibt nicht nach. Keine Chance, ähm, muss aber auch viel Anpressdruck erzeugen. Und, ja, würde ich mal sagen, gehen wir kurz mal auf meine Autos, sortieren wir hier, ja, gehen wir so mal schnell zurück. Ansonsten sind die Porsches nicht der Reihe nach sortiert. Und so, wenn man hier schaut, Panamera Turbo, nur eine 11 GT3 RS, nur eine 11 GT3 RS, nur eine 11 GT3 RS, nur eine 11 GT3 RS. Warum nicht, drei haben, ist ja egal hier. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Porsche Cayman GT4 und dann Porsche, 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 äh, 918 so. Also da haben wir genügend hier, allein sind es glaube ich jetzt sieben Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und im Einsitz sind wir noch drin. Der hier ist schon voll aufgebaut, der Kollege. Ähm, ja, das sieht man, da kommt man auch ein bisschen hoch von 661 KW auf insgesamt 871. Also da kann man natürlich schon noch ein bisschen was ausholen. Und das schauen wir uns heute mal jetzt noch ein bisschen genauer an. Wir gehen rein bei individuelle Upgrades. Ja, einmal upgraden wäre jetzt kostenlos für mich. Ähm, wir schauen einfach mal. Wir können hier, Ansaugung können wir natürlich ändern. Ähm, man sieht auch hier, Drehmoment vom Stand weg ist richtig, richtig viel Anliegen. Also das sind über 1000 Newtonmeter Drehmoment, was der Kollege hier ab Werk, beziehungsweise von unten raus Anliegen hat. Und ich sehe gerade Höchstgeschwindigkeit 380,5 kmh. Ja, stimmt irgendwo nicht so ganz mit den Werkseingaben überein, aber okay. Ähm, damit müssen wir leben. Wir können auch hier noch Luftfilter ändern, sofern wir das wollen. Wir können aber auch noch die Kraftstoffeinspritzanlage, hier die Zündung können wir einstellen. Wir können die Nockenwellen noch einstellen, äh, die Rennventile können wir einbauen. Das heißt, die Ventile können wir noch ein bisschen schärfer stellen. Wapp, Zungen in der Knoten, Knoten in der Zunge, so nicht Zungen in der Knoten. Ähm, genau. Hier kann man auch die Schwungscheibe dementsprechend anpassen. Wir können beim Fahrwerk, kann man auch hier Geländefahrwerk einbauen, warum auch nicht. Porsche, da braucht man sowas. Wir können die Stubbys aufräten und bauen, beziehungsweise können wir ihn auch nochmal um 280 kg leichter machen. Obwohl der Wagen generell schon relativ leicht, also relativ abgespeckt ist. Das Monocoque ist aus Carbon. Das wiegt gesamt, glaube ich, ja, ich glaube keine 100 kg, was das Gesamte hier wiegt. Wie gesagt, die Motoreinheit wiegt auch nur 140 kg. Ähm, der Wagen ist auf Leichtbau gebaut, bis zum geht nicht mehr. Was hier auch interessant ist, ähm, hier wird nicht vorne mit dem Auto angefangen, auch nicht mit dem Monocoque, sondern es wird hinten mit der Motoreinheit angefangen. Zuerst wird der Motor zusammengesetzt und auf dem Motor dran wird dann alles andere geschlossen. Also da wird das Getriebe, der Elektromotor, die Batterien, ähm, das hintere Fahrgestell, das Monocoque, das vordere Fahrgestell und alles erst zusammengebaut. Also das ist alles nur da hinten vom Motorradring. Der wird als erstes eingebaut. Ähm, wir können reifentechnisch, können wir noch was machen. Und zwar können wir hier den Horizonschriffzug drauf nehmen, was hässlich aussieht. Oder wir können auch Offroad-Reifen drauf machen. Wir können den ganzen Hobel hinten breitere Reifen aufziehen. Wir können ihnen aber auch andere Felgen geben, beziehungsweise vorne die Felgengröße auf 21 Zoll erhöhen. Hinten, glaube ich, sind es standardmäßig schon größere. Oder nicht? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, ist aber auch dementsprechend egal. Äh, aerodynamisch können wir natürlich noch vorne Forza-Spoiler dran machen. Sieht hässlich aus. Und hinten will ich gar nicht wissen, wie scheiße das aussieht. Ach du Schande. Ne, das machen wir nicht. Ähm, genau. Die Studie hat die Auspuffe eben nicht, wie bereits erwähnt, hier oben gehabt, sondern hier unten auf der Seite. Ähm, sah aber auch nicht schlecht aus. Hat dem Wagen auch auf jeden Fall gestanden. Ähm, die Heckpartie ist, glaube ich, sogar ziemlich gleich geblieben mit der Studie. Da hat sich wirklich nicht viel geändert. Ähm, so. So, was können wir im Gesamten umbauen? Wir können hier getriebetechnisch ein bisschen Rück-, äh, Hinterradantrieb nehmen. So, lassen wir natürlich Allrad. Und wir können den Wagen auch zwangsbeatmen. Sprich, du aber aufladen und schaut mal, ähm, wo das Drehmoment zwar hinmarschiert, von 1.125 Newtonmeter, geht's hoch auf 1.350, ähm, aber ja. Ja, dafür spricht der Motor dementsprechend nicht gleich an, sondern hat vorher sogar beim Starten ein bisschen schlechteres Drehmoment. Da sind wir so bei die, ja, 950 Newtonmeter oder so, die der Wagen hat und dann zieht er hoch auf die 1.350. Da gibt's nochmal einen Zuwachs von satten 400 Newtonmetern. Also das ist wirklich nicht schlecht. Wobei, wenn man hier schaut, ähm, 1 und Teilstrich sind 1.000 Umdrehungen und wann fährst du schon mal mit 0 Umdrehungen weg? Gibt's eigentlich nicht. Eher relativ selten. Ähm, und ja, das sind soweit die Umbaumöglichkeiten, die es gibt. Ähm, aber ich würde sagen, weil wir so viele Porsches im Haus stehen haben, gehen wir mal auf meine Autos. Wir gehen mal hier auf Hersteller. Und dann haben wir sicher irgendwo einen, der Maximum Tuning hat. Hier, 1.074 kW. Den werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen, der Turboaufladung. Da werden wir mal schauen, was der Wagen so auf der Autobahn schafft. Ähm, es wird sicher nicht wenig sein. Aber das werden wir uns jetzt nochmal ansehen. Und danach würde ich sagen, lassen wir es wieder für heute. Die Lockierung sieht übrigens auch gar nicht mal so schlecht aus hier. Halleluja. Hier Logitech. Oder hat jemand das Ganze nicht umgedreht hier? Also so gefällt mir das nicht. Also es muss eigentlich so sein. Hier Logitech. So passt das E-Hybrid, wie bereits erwähnt. Dann würde ich sagen, ähm, ja, geh mal raus hier auf die Autobahn. Und dann würde ich sagen, ja, ich würde es anschauen. Mit Torauplanung marschiert das Ding schon ordentlich vorwärts. Und es klingt doch böse mit dem Ausatmen. also die 1074 kw also 1500 ps oder sowas das sind sind beim besten wäre jetzt nicht schwach hier die gehen richtig gut vorwärts also die 430 dürfte jetzt normalerweise gar kein problem sein ausnahme auch noch mal leds rundherum beim tacho das zeigt uns einfach noch mal die aktuelle drehzahl an und untenrum also die untere das untere dreiviertel zeigt normalerweise an was der motor wieder aufnimmt denn der wagen wird die batterien mittels bremsen auf mehr oder weniger wie das kurs in der formel 1 die technik nutzt der wagen auch also beim bremsen wird der motor wieder geladen richtig eine idee dadurch kann man auf jeden fall energie sparen und man kann auch ungenutzte energie vom bremsen kann man halt hernehmen um wieder fahrzeugleiste rauszubringen das ist doch mal richtig geil ein super direkter wagen er untersteuert auch nichts gar nichts also der seitens borsche schon mal richtig geil eingestellt da drüben haben wir übrigens ein tacho wenn ihr schaut das grüne da was da ansteigt das ist der tacho wenn es mir nur mit der digitalen anzeige nicht möchte kann man die inhalte hernehmen auch mal ein bisschen gefüllt so macht man da vorne eigentlich die forse lücken dran kann auch gut gefallen erzeugen der kollege hier hat ja auch eine mit lenkende hinterachse dementsprechend hilft auch beim driften ein bisschen aber ja ich würde sagen das war es wieder an dieser stelle von mir wenn ihr das video gefahren wäre natürlich ein däumchen nach oben so wie ein abo ohne weiterempfehlung super und ja das nächste mal machen wir wieder weiter hier wahrscheinlich im let's play oder so ich weiß nämlich nicht wenn ich die folge raushau was wir dann in der nächsten folge machen das wird sich alles erst raus stellen ja aber ich bin raus verabschiede mich und würde sagen das nächste mal sind wir wieder frisch am start und ja bis dorthin ciao leute ja